Schaut euch einmal die Volkspartei an, die hat ja diese Woche wieder das eine oder andere an Beweis abgelegt, wie sie wirklich ticken mit dem Video vom Herrn Nehammer. Also empathieloser und abgehobener kann man doch wohl gar nicht agieren. In Zeiten der Rekordteuerung, in Zeiten, wo sich viele Menschen die Mieten nicht mehr leisten können, nicht wissen, wie sie die Stromrechnungen bezahlen, dann in irgendeinem Weinkeller zu stehen bei einer italienischen Jasen und an einem Flaschen Wein um ein paar hundert Euro und zu sagen, dann geht es ja zu McDonalds, wenn es sich sonst nichts mehr leisten kann. Liebe Freunde, das ist das Sinnbild der Volkspartei. Das ist der Beweis dafür, dass wir diese Partei in der Regierung beim besten Willen nicht mehr wollen und brauchen.